Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War. Die große Schlacht am Cold Harbor geht weiter. So, und wir haben erstmal einen Ladebildschirm. Das heißt, noch einen Schluck Kaffee. Ich kann die modrige Verstärkung nicht ändern, das ärgert mich. Das ärgert mich so sehr. Die Schlacht von Cold Harbor, 1. Juni 1864. Unsere linke Flanke ist erstmal gesichert. Doch White, sechstes Korb und Smith, 18. Korb, bereiten einen Angriff auf unsere Rechte vor. Uns bleibt genug Zeit, starke Befestigung zu errichten. Sollen sie kommen und sich abschlachten lassen. So, mir fällt jetzt auf, wie gesagt, mein Kaffee ist alle. Ich mache mir schnell einen neuen und hier mache ich einen kurzen Cut und für euch geht es gleich weiter. So, der Feind bereitet sich auf den Angriff vor. Wir haben starke Befestigung an der Straße errichtet. Die Cold Harbor mit New Cold Harbor verbindet. Mann, oh Mann, so viel Cold und Harbor. So, die Straße nach Richmond, die Walnut Grove Road wird bei diesen Wäldern verteidigt. Und hier. Obwohl wir zahlenmäßig unterlegen sind, könnten wir ihre Stellung bei Old Cold Harbor oder der Kirche angreifen und sie zum Rückzug vom Schlachtfeld zwingen. Haha, ja klar. Das ist, äh, ah, die Kirche. Das ist den Punkt, den wir halten sollten. Oh, die Kirche ist easy peasy, glaube ich. Ich frage mich nur mit was. Mit den Truppen hier? Ich könnte ja die Frontlinie mal weiter vorziehen. Wir könnten sie ja hier machen. Hier ist schön Deckung. Das Problem ist, da sind Einheiten. Da sind Einheiten überall, wo Befestigungen sind, sind Einheiten, würde ich sagen. Aber hier lässt sich auch gut verteidigen am Fluss. Ich liebe Flüsse. Bedingungen, aber die müssen wir haben. Ja. Reit mal in den Wald. Da ist was aufgedeckt. Und zurück. Zurück. Hm. 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 Das wird jetzt mal eine neue Linie hier. Hm. 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 Das Schlimme ist, wir müssen die Position ja auch noch halten, ne? Also hier ist eine Kanone, definitiv. Und 1000 Mann. Kriegen wir euch. Wie lange habt ihr denn? Ich hab'n guten Radius. Kriegt immer euch hier getarnt, hierhin, damit ihr die bisschen piesacken könnt. Hm. Würde mich mal interessieren. So. Ja. Hier haben wir Reserven. Die zieh' ich mal ab. Und wenn hier die neue Frontlinie ist, zieh' ich ihn ab. Und er wurde gesichtet. Oder? Gar nicht. Sind noch getarnt. Oh. Noch mehr Kanonen. 2000 Mann gesichtet. Ja. Tja. Wie gehen wir da vor? Oh. Da kommen Leute. Gar nicht mitgerechnet. Die bewegen sich ja. Die greifen ja an. Wie sieht's mit der Tarnung aus hier? 74. Ist jetzt nicht so geil. Noch weniger. Ein Stück nach vorne. Und du? Auch nicht geil. Ein Stück nach vorne. Wird's besser? Ja. Halten. Bei ihm wird's nicht besser. Die gefallen mir aber. Warum kann ich jetzt im Frosch im Hals? Der greift hier an. Oh Mann, oh Mann. Tja. Hier sollte man zurück. Hier sieht man eine Verstärkung. Wir greifen jetzt hier in den Wald an. Oh, da ist ein Kanon. Halt zurück. Hier hätten wir noch Reserve. Ich ziehe euch erstmal hier hin. Vielleicht brauche ich euch hier noch. Ja, das ist scheiße. Dann in den Wald rein. Von der Seite. Komm, von der Seite. Bisschen so aus dem Wald rausschießen. Erst gesichtet. Und weg. Nicht mehr gesichtet. Wieder gesichtet. Dann gehen wir in den Nahkampf. Oh, oh, oh. Pause, Pause, Pause. Das habe ich nicht bedacht. Die gehen daran vorbei. Komm mal ein bisschen da so hin. Kann sein, dass wir mich da gleich wieder zurückziehen müssen. Scheiße. Das ist scheiße. halt nicht in den Nahkampf gehen was macht ihr Jungs du kannst gleich in den Nahkampf gehen oh hier haben wir noch Unterstützung hab ich vergessen hier geht einfach mal ein bisschen hier hin nicht dass da was zwischen kommt so jetzt versuchen wir die da rauszuschießen da haben wir nicht Einheiten halla die Weiche zurück ah das war schon zu viel tja die greifen an ich mach jetzt folgendes der greift an bevor die anderen als Verstärkung da sind machen hier weiter Druck der hält uns hier weg damit wir diesen Wald hier haben läuft weiter Hanson Kanone so geh mal ein bisschen mehr in den Wald rein jetzt haben wir in der Mitte keinen mehr ich hoffe der greift den an weil hier ist nichts das ist alles nichts ist leer Deckung 91 wunderbar kann ohne läuft es hat sich aufgelöst weiter 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 ah ist zu weit weg schade laufen auch fantastisch schade ich komme nicht durch ich werde nicht durchkommen das dauert einfach zu lange so ich glaube Hanson hat sich seinen Rückzug verliebt dann muss ich mir hier nicht mehr so Sorgen machen dann haben wir nämlich noch einen Punkt zurück äh nein bleib da mal drinnen im Wald bist du irre hier können auch das nicht besetzen das ärgert mich warum können wir die Schützengräben der Feinde nicht besetzen das ist der größte Beschiss ever die laufen fantastisch ah jetzt können sie mich hier hinterlaufen sehe ich gerade halt wo willst du denn hin ah da kommt einiges ich bin überlegen ob ich hier die Linie wieder zurückziehe das ist 1,44 das schaffen wir nicht mehr ich bin noch Nachkampf einhalten kommt mal hier hinter dass wir vielleicht den auf den Sack gehen ah da sind einhalten halt tot supply ist fast tot halt 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 Ja, sie ist in Ordnung. Schießt die nochmal zurück da. Ah, komm, die hohen Monster noch. Komm rüber, Volk. Hier haben wir sie zurückgedrängt. Wir laufen. Oh, laufen. Wir laufen. Na, da laufen sie auch, glaube ich. Gut, dann gucken wir mal weiter, was hier ist. Dann sind wir schon mal dieser Position näher gekommen. Wie ist der denn denn? Keine Munition. Komm, einmal nachladen. Oh, die haben sie aufgelöst. Das ist fantastisch. Die waren auch gerade motiviert. Waren. Ich will sie hier zum Fluss zurückdrängen. Ist diese Position uns gehört? Wäre toll. Da sind sie noch. Hier sind Kanonen irgendwo. Mach die Platz. Ah, Kavallerie. Die haben wahrscheinlich die Kanonen zurückgedrängt. Da sind sie ja irgendwo. Hier sind keine Kanäle. Wo kommen die Schüsse? Hier waren noch Schüsse. Waren das die von da hinten. Ich weiß gerade echt nicht, von wo die Schüsse kamen. Ich dachte, hier wären vielleicht noch Artillerie. Müssen wir mal gucken, wo die anderen hin sind. Die hier waren. Ah. Das ist natürlich jetzt nicht so praktisch. Da rennen wir nämlich in den Rücken rein. Da müssen wir sie stellen. So. Hier gehen wir ein bisschen an den Rand. Dann haben wir sie zu weit weg. Ja. Wie war das? Schönen wir? Na komm. Wir gehen. Ja. Dann gehen wir hin. Und dann gehen wir hin. Nein, die wollen flankehren, ich wollte gerade von hinten angreifen Schütte, schütte, schütte Schau mal einer an Ja, dann kommen wir da zurück Wie sollen sie denn hier überhaupt kommen? Rückfallen Kavalerie Och Mann Jetzt nehmen sie echt noch die Punkte ein Dreh am Rad Die müssen sterben Kommen wir sicherheitshalber da hin Versuch sie von hinten in den Nahkampf mit der Kavalerie zu binden und den Rückzug zu zwingen Halte haben wir ja ganz schön derbe Verluste Okay Wir müssen zurück Sigh Ach, den müssen wir austauschen, der hat ganz schön Schlackel. Wir haben sie aufgelöst, dann holen sie die und du gehst hier in der Mitte in die Verstärkung. Ne, die müssen auch schärfen. Okay, wir kriegen da Kanonenfutter bei Butler, hat aber 70 Schuss, bleibt drin. Hinterher, der muss sterben, ey. Der darf sich nicht sortieren. Ja, hier unten kann es gar nichts. Laufen, ein bisschen gegenschießen. Sollte gleich Geschichte sein. Ja, wir sind leider nicht weitergekommen, aber ich hoffe, dass dieser Vorstoß reicht, um halt die Kirche einzunehmen. Wenn nicht, sind gerade viele Jungs umsonst gestorben. So, Schlacht von Cold Harbor. Gestern haben wir unsere Linien gehalten, doch der Feind wird, äh, doch der Feind wir noch immer stärker. Hankongs zweite Korb, äh, Korbs wurde auf unserer rechten Flanke gesichtet. Seine Männer verlegen ihre Gräben immer weiter zu unseren. Die pausenlosen Kämpfe und die Arbeit werden sie für einen heutigen Angriff wahrscheinlich zu sehr, äh, zu sehr ermüdet haben. Mich hat es auch schon ermüdet, wenn ich das gerade hier sehe. Okay, wenn das stimmt, gibt es uns das Zeit für den Bau noch stärkere Verteidigungsstellung. Vielleicht bietet sich sogar eine, äh, die Gelegenheit für einen Gegenangriff. Okay, glaube ich nicht. Ich will die anderen Verstärkungen haben. Dritte Korb. Bitte, bitte. Nimm das weg hier. Pass auf, die sind doch ganz wichtig. Na gut. Der Feind hat sich durch Gräben weiter genährt. Unsere Verteidigungsstellungen bei diesem sanft geschwungenen Hügel befinden sich unmittelbar in der Nähe zu den Linien und sollten stark bemannt werden. Unsere zweite Verteidigungslinie wurde um die Kreuzung der New Court Hover angeordnet. Oh Gott, das ist ja. Die Befestigungen erstrecken sich zur rechten bis Turkey Hill. Ähm, wir müssen alles dran setzen, Durchbrüche unserer Verteidigungslinie zu verhindern. Die Befestigungen bei der Wall-Not-Grove-Road sind sicher. Vielleicht können wir uns von hier aus einen Gegenangriff starten, bevor Hankong eintrifft. Ja, und wir haben das Buch verloren. Ist doch wieder Scheiße. Das ist doch Scheiße ist das. Richtige Scheiße. Und wo kommen denn seine tollen Verstärkungen? Hier wird doch wie schon alles wieder besetzt sein. Ach... Hätte ich das gewusst, hätten wir eigentlich die letzte... Die letzte Schlacht gestern... äh, äh, gestern war ja schon... Ja, doch am gestrigen Tag... Hätten wir einfach aussetzen können. Schon wieder. Ohne Schaden zu nehmen quasi. Die Leute, die... Na ja, 81. Sind wir mal drin. Na du. Zurück. Kommen wir mal hier weiterhin. Ich wette. Ich wette, hier sind wieder alles voller Einheit. Scheißen Dreck. Eisendreck ist das. Alles Scheißen Dreck. Da ist ja kaum was drin. Ah, das ist unsere modrige Verstärkung. Kennt ihr die? Wisst ihr? Was steht denn hier für eine Scheiße? Hier ist ja nichts. Und hier ist auch ein Punkt, den wir halten müssen. Mit was denn? Ach du Backe. Ja, wer hätt's gedacht? Feuer. Das war die Kirche. Ich seh immer noch die Kirche, wenn überhaupt, dass wir die kriegen. Aber ich frage mich grad mit welchen Einheiten. Hier hinten ist auch eine Position. Ich weiß nicht, ob sie heißen soll. Ich weiß nicht, ob sie heißen soll. Vielleicht. Ich suche gerade immer noch Einheiten. Warum ist hier ein Munitionswagen, wenn da keine Kanone ist? Was? Kann mir niemand sagen wahrscheinlich. Was haben wir hier so? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die linke Flanke, der CSA halt. Wie das heißt? nicht so lange. Dasselbe machen wir hier, bloß das mit der Kavallerie. Ich muss die Einheiten nennen. Okay. Über die Gräben. Und weiter. Oder hier erst mal. Okay, die haben sich aufgelöst. Hier ist bestimmt auch wieder was. So. So. Können wir das haben aufgegeben. Na super, mal Einheiten geben. Oh, so, komm. Gratis Einheiten. Aber ich glaube nicht, dass die was machen. Hier, lauf mal ein bisschen. Ich will wissen, ob der Wald... Ah, hier haben wir noch Kavallerie, Mensch. Hier, Reserve. Müsst laufen. Oh, hier. Gut. Gut, das sieht doch schon mal gut aus. Ähm. Ah, da sind welche. Rück. Wir können hier ja schon mal aus dem Wald beschießen. Warum machen die nichts gerade? Also, mich soll es nicht stören, aber... Oh, den regen sie schon. Los, wenn hinten in Nahkampf... ...dann müssten sie ja bei sowas von tot sein. Und du, weiter. Charge! Oh, da sind schon dicke Einheiten. Ah, der Wald gibt nicht so viel Deckung. Alter! Die laufen auch? Nee, tun sie eben nicht. Dann übersetzen. Ich liebe diesen Jügel hier. Ich dachte, da wären Einheiten. Kirche, wir kommen näher. Nur hier unten habe ich Angst, dass, äh... ...dass uns echt genommen wird. Oh, da sind sogar Einheiten. Oh! Oh, da ist ja, da sind sogar Einheiten. Ah! Ja! Oh, da ist ja, da sind... ...vermeet! Ja, da sind sie. Boah, das muss doch hier jetzt gut klappen von der Seite. So, Hancocks zweites wurde gesichtet. Die Frage ist, wo? Wir sind in Unterzahl und ein Angriff wäre äußerst riskant. Ich bin doch schon dabei. Wo ist Hancocks zweites? Wo? Wo? Hm. Ich will diese verfickte Kirche haben. Das ist so schwer zu verstehen, dass ich die Kirche habe. Ich brauche langsam Einheiten hier, falls sie doch nochmal durchbrechen. Durch das ganze Kuddelmuddel. Ah, da sind es nämlich noch mehr Einheiten. Wir sind fast da. Okay, hat sich aufgelöst. Das will ich sehr, sehr gut tun. Da ist alles voll. Ich überlege gerade, ob das noch sinnvoller wäre, die Einheiten hier durchzuziehen. Altsch. Da ist es mich sehr viel zurück. Zurück. Hier kommen wir von dieser Straße. Los, übermanst du mit dem Meer. Ja, einfach mit der Mehrheit an Soldaten. Deckung, Deckung. Ruf zurück vielleicht. Ziehen wir sie hier. Gehen wir sie ein bisschen Platz im Atmen und kommen von hinten. Wiedersehen. Gut. Okay. Und die vielen Einheiten, ey. Pause nochmal kurz überdenken. Die Kavallerie. Ich kann vielleicht hier auch nochmal ein bisschen spotten. Da. Da scheint es noch ruhig zu sein. Die Frage ist nur, wie lange. Wie oft in der Hügel ist auch keine Deckung. Da müssen wir die Deckung nehmen, wie das. Vielleicht noch hier, aber ich habe keine Einheiten. Diese modrige Verstärkung war der größte Fehler ever. Aber hier sind jetzt tausende Einheiten. Das ist jetzt irgendwie blöd. Ich komme nicht durch. Ich habe einfach zu wenig Manpower. Die sollen die hier beschäftigen. Vielleicht noch mehr rausziehen. Die sollen jetzt wie von hinten angreifen, weil die vielleicht wegschubsen können. Hey, viel Supply haben wir. Wow. Dann mal hier zu unserer Sammelstelle. Kavallerie decken wir mal ein bisschen auf da. Da sind auf jeden Fall Kanonen. Ich hoffe, es sind hier. Was ist da hin? Okay, dann ab in den Wald. Komm mal auf dir in den Wald. Gehst gleich mal da hin. Du übernimmst diese Position vom Wald. Da sind sie weg. Hm. Ne, sie sind auch da. Das heißt, darüber von hinten angreifen. Oh, die laufen. Die laufen aber leider irgendwie nach vorne. Warum laufen die nach vorne? Halt. Hier, fangen die mal ab. Schlachten die mal ein bisschen weiter ab da. Du auch. Machen wir dem mal ein bisschen Platz. Kavallerie. Halt. Wie sollst du denn nicht zum Nachkampf laufen? Na, die haben sich wieder gesammelt. Da ist der Hancock. Oh, haben wir den General getötet? Das ist ja was ganz Neues. Ja, die Seine ist voll. Jetzt sind sie hier durchgebrochen, quasi. Pause, Pause. Wir brauchen gleich hier ein, zwei Leute. Schick dich nochmal hier zurück. Mehr habe ich da nicht. Deckung. 92. Ein bisschen mehr. Das ist doch irgendwo eine verfickte Kanone. Attacke. Aber es sind auch tausend Mann. Ja, das war es mit der Kavallerie. Jetzt sehe ich aber auch, was da drin ist. Und ich schaffe es einfach nicht. Zurück. Das sind zwei, drei tausend. Die vorne sind auch. Das schaffen wir nicht. Ja, das war meine Kavallerie. Und da ziehen wir uns wieder zurück. Gut. Zwei Einheiten sind hinter mir. Sind die eigentlich Mauern, oder was? Ach, die kommen da erst. Vielleicht laufen die ja gleich. Puh. Ja, die lassen wir mal hier. Wir versuchen es jetzt trotzdem. Attacke. 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 Eine Attacke hier. 0,32. Wir versuchen sie hier zum Hüppzug zu bringen. No is no fun. Brauche Unterstützung. Scheiß auch da hinten. Jeder Supply warnt uns. Wenn was kommt. Naja, wohl. Doch, ich bin das mal. Hange ich mal wieder in die Mitte. Das sind zwei Einheiten gewesen. Die laufen. Unterstützung. Laufen. Weiter. 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 Mal ein bisschen weiter. Feuer. Feuer. 0,22. Ah. Hätte ja klappen können. Gut. Die kommt von da. Jetzt raus. Attacke. 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 Die werden angegriffen. Zurück. Genau. Nehmen wir die Position da ein. Attacke. Die werden flankiert. Das ist nicht gut. Gut. los. Los. Killt die Schweine. Das wird nichts mehr. Los, Nearanda. Das soll mein Hügel werden. Meine Kirche. Gibt es laufen. Ist umkämpft. Wir haben es gesichert, aber er rennt zurück. Halt. Halt. Nein, ich renne. Nicht rennen. Überwachung der linken Flanke. Oh. Geht schon wieder für 51 Minuten. Auch hier werde ich jetzt einen Break machen. Ja, mal gucken, wie wir die Position erhalten. Ich weiß es nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Kommentar, ein Like. Würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschau. 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 Vielen Dank.